So, eine neue Folge Pokémon GO, ich begrüße euch und wir wollen ja noch ein paar Entwicklungen durchführen. Vier neue Pokémon sind im Spiel. Das Wadribje zu Hornweisel haben wir ja schon gemacht, haben wir gesehen. Wir haben heute aber was ganz Besonderes für euch, worauf sich die meisten nämlich gefreut haben. Und das ist ein Kok, Kon, Kno, Kno, Kok. Ah, da ist es doch, Kokno, ein Kok-no-Don. So, und da haben wir auch eins aufgehoben, Kokno-Don, 1404 WP und ihr braucht wieder mal 50 Bonbons, um das weiterzuentwickeln. Und das soll ja wirklich einer der besten Gesteinsangreifer sein, von den DPS her auch besser angreifen als Rihonior oder Despotar und löst schon wieder Despotar dann ab. Hält wahrscheinlich nicht so viel aus, aber macht mächtig Schaden und ist richtig eine Wucht. Also gebt euch Kokno-Don, ja, der kleine Dinosaurier. Und auch den wollen wir jetzt mal entwickeln zu, wieder mal, keine Ahnung, denn ich kenne ja nur die erste Gen. Aber, das wird es uns gleich verraten. Kok-no-Don. Hey, und heute mal. Wow, das geht ab. Heute mal kein Leuchtball, sondern gleich die Grafik vorhanden. Richtig gute Sache. Rameidon hat uns, ja, es hat uns einen Rameidon beschert und leider über die 2500, sonst hätte man das noch in die Liga mit reinpacken können. Und die roten Augen und dann sieht es aus, als hätte es einen Wikingerhelm auf. Okay, das war es aber von mir. Natürlich die Frage wieder, habt ihr auch schon ein Rameidon entwickelt, ein Kok-no-Don zu Rameidon? Dann schreibt es mal in die Kommentare und wie findet ihr das Pokémon allgemein? Scheint eine richtig coole Socke zu sein. Mal gucken, was es in den Kämpfen taugt oder als Gesteinsangreifer, ob das wirklich so eine Wucht ist. Wir finden es natürlich heraus. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.